hättig das tut sich was doch im das ist passiert oder keine rückmeldung das ist standard wo ist ich bin reingelogt heil berichtet von geholfen schützt das ist doch nicht absolut gar nichts dann geht eine helligkeit hoch Prozent jetzt hat einfach nach ist aber es mit ihr tag Prozent A8 der Blume zieht und du hast kein du kriegst kein das ist ja mein scharf Version 1.6 da ist man es genau nicht so groß was jetzt mal total interessiert also was das Sachen sind schon was zuckerung mit okay gut um es gibt diese Früchte an den Bäumen das ist schon mal Werner also auch das ist cool ja diesen wollen wir irgendwo speziell ach du scheiße schon mal die Riesenänder Männer hinterher rechts an mit dem wo Kartenwürste hier da in die Richtung und Prozent ihr wo gehen wir dann hin keine Ahnung ich würde das mal auf den Tag warten und eventuell mit dem Holz mitnehmen ach du scheiße ist das eine Spinne oder ist das ein Baum Oh Gott Krieger Oh Gott Krieger Oh Gott Krieger Da war Aua Da war auch einer Was hast du jetzt da gefällt Bambus Bambus okay ähm ja man kann sich bambus brauche bauen das ergibt sinn und was kann man mit denen dann machen äh ne ja das ergibt sinn äh ja aber für die Rüstung möchte ich ganz gerne smaltery haben weil dann brauchen wir nur halb so viele Erze um uns die Rüstung zu craften verstehst du das ist so nehmen wir das als erstes ziel dafür brauche ich unter anderem Gravel äh Aluminium Brassbrom auch ich hab grad schon Fleisch ja mach das mal ich hab noch keinen Hunger wieder was ist das hier zum Beispiel schon Metallurgicraft was ist das was kann man daraus machen nur einmal kann LED TNT draus machen und Fertilizer ja keine Ahnung LED TNT kann man draus machen was das ist kann ich dir nicht genau sagen ich weiß dass davon bei dem Heumännchen ins vorne ist der sieht wütend aus oh der ist wütend der hat 100 HP ich geh wieder aber nicht so gemeint es gibt anderes Alter was findest du schon für Monster mit 100 HP here ah deine größte Schwäche im Wasser wüsste mich nicht war nicht so gemeint war nicht so gemeint war nicht so gemeint tschö 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 wo treibst du dich wo und was machst du hier hier sind so böse Enderman ja ich hoffe man wird wir tragen jetzt nicht sofort gleich mein erstes Todesopfer Ich habe kein Essen. Hast du irgendwie Essen? Ja, bin ich tatsächlich gezwungen. Cool, was haben wir gebaut? Ähm, Energolem Horn. Es gibt Hörner? Ja, genau, genau. Das ist ein kleines Haus. So ein ganz kleines Haus? Ja, sozusagen. Wo lauter Endermel rumstehen. Ähm, magst du vielleicht Keep Inventory anmachen? Ich habe gerade kein OP eigentlich. LOL, wieso können die sitzen? Die sitzen bei mir. Äh, warte mal. Äh, Klein. Wow! Die wollen wir uns kurz am Spawn treffen. Wieso sind die Pist auf mich? Was ist bei dir hier, Bruder? Ein Wanderman? Ja, ich habe auch Enderman bei mir gerade. Die Pist auf mich sind. Ja, die sind von Dings zerfisst. Hä? Wie schaffst du es denn nicht, zu meinen Cordis zu kommen? Ja, weil da ein riesiger Berg dazwischen ist. Oh Gott, eine Spinne. Scheiße, ich werde so sterben. Nein! Oh, kacke. Jetzt muss ich da erstmal hinrennen. Ach, ich habe das kleine Haus gefunden. Ich sehe deinen Namen, glaube ich. Lemon, ich bin hier oben auf dem Bär. Was machst du denn? Das sieht so... Ja, das ist schon ein bisschen doof. Guck den Enderman dann. Ach, wie toll. Das sieht gut aus. Ja, ähm... Och Gott. Nein, ich glaube, ich habe den Enderman getriggert, der dich umgebracht hat. Der hat ja einen Stein... Wieso hat der einen Holzschwendel da an? Äh... Bude, der ist ein Zauberstab. Äh... Ich glaube, wir warten jetzt einfach nur. Hier ist eine. Hier ist eine. Hier ist mal ein Spinnweben. Oder was suchst du? Oh, er hat Sache. Ich habe eine Axt. Soll ich den Spawn abbauen? Schon, oder? Habe ich. Darf auch traveling. Oh, ich schüttel. Kanonis, wie... Was ist das? Ja, ich habe den Rest, aber was ist das? Ich google mal. Oh, Leute, das kann man schmelzen. Kriegt mal Eisen raus. Ich muss abgucken. Oh, das ist meins. Hm. Electrical Steel ist gut. Ich habe Sword of C für das Towntrap. Boah, yo, was geht ich jetzt? Gehli, wir würden schon... Hör auf zu blocken! Ey, wie viele Strings hast du? Also, das brüht gut, aber... Ja, damit können wir Betten bauen. Also, mit dem Ding kannst du... Aua, hör... Ah! What the fuck? Das macht voll viel Schaden. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Lemon kommt runter. Ohne jetzt, hier. Alles klar. Okay, hallo. Und du kriegst jetzt mal Fallfaden, wenn du das magst. Als ob das Ziel zieht. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Äh, gleich, bis zu Zeit. Ein Lemon Tree. Ähm, du, ich weiß jetzt nicht, ob... Ich glaube, jetzt muss ich mir nichts da reinstecken. Die brauchen Jahre zu machen. Ah ja, aber wenn sie reif sind, nicht. Ja, aber... Sonst können wir nicht anders lücken. So, ich habe ein anderes Beispiel jetzt erstmal. Komm schon. Äh. Warte, das sind keine Wider. Äh, äh. Tatsächlich, das besteht aus Endstone. Oh, lo, lo, oben ist voll die fette... Was ist das? Dungeon, oder? Oh, ne? Lass uns da bestehen. Drei, warte mal. Ist hier irgendwo Wolle? Also, ich würde da ganz gerne erst reingehen, wenn wir Betten haben und uns zumindest daneben ins Popplum sichern können. oh nein das ist wieder so ein haus von dem wurde schon gestorben ist ich würde sagen wir gehen jetzt da in dieses biome hier hoch es regnet halt immer noch und ist das jetzt auch noch wieder nach lassen lieber in den wüsten wir umwerben ich weiß ja lass doch mal gucken ob die hier waffen haben vielleicht oh warte im wüsten tab ist doch wolle wir können uns einfach welche wir haben doch noch zu kommen kann mit den schrägern lol man kann mit den schrägern und zwar für rubies zum beispiel gegen garst du hast mit den endermen geträgt Du kannst ihn tatsächlich abholfüttern. Ich habe ja mal die Bücher mitgenommen. Ich habe Hunger gehabt. Wow! Los! Er hat sich einfach um meine Nase geportet. Äh, ja, wo rennen wir hin? Also ich... Also ich muss schon sagen, es backt zum Glück nicht rum hier, ne? Also ich bin in meinem schon drin. Wait, wait, wo ist die denn? Okay, auf geht's. Mit Richard von G, die Geschwindigkeit. Alter, was ist das hier mit den Wellen? Ja, toll. Mein Bruder ist kaputt. Da rechts ist zum Beispiel ein X-Himmelsbogen, glaube ich. Wow, ist das eine Riesenschlupft. Da kriegst du noch einen Baum drin. Oh, XP-Pische. Loy, was ist denn das für ein Erz? Da ist ein Ringbogen, ja. Das will ich abbauen. Das ist... So, right. Oh, lol, da kann man noch richtig vieles Bundeszeug, was ist das alles? Wink, so, right. 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 Ja, es macht schon Sinn, weil wir dann hier unseren Spawnpunkt in und her haben. Okay, ich würde sagen, wir schauen, dass wir möglichst viel Gold haben, dann verdoppel ich das Ganze möglichst schnell. Ich brauche Holz. Ach, lol, ich habe ja was, womit ich Eisen rauskriege, Depp. Kann mir ja 35 Iron einfach mal machen. Ich glaube, das kann man gar nicht mehr verdoppeln, oder? Ja, ich bin einfach in die Höhe weitergegangen. Los, was ist das für ein Erz? Äh, Brot. Was macht man damit? Es sind so viele neue Sachen hier. Hilfe! Ich bin überfordert. Ich laufe um die Stelle herum. Ich kann sofort kommen, wenn du da bist. Oh, mehr Copper. Es gibt schon wieder zwei verschiedene Copper. Na, super, ich bin wieder Minenschach. Du willst doch nach oben. Ja, wollte ich auch, aber das war eine Sackgasse, wo ich hochgegangen bin. Rudel dich doch nach oben. Mach ich jetzt. Mach mir jetzt auch keine Sorge. Ich dachte, das machst du jetzt schon die ganze Zeit. Nein, ich musste erst mal meine Öfen ziehen. Oh, shit. Äh. 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 Was war das denn für ein Drop? Äh. Ja, ich kram mich jetzt echt nach oben. Ich seh's nicht malen. Ich hab ein Gold-Orbel gewascht. Äh. Den nehm ich mal um. Da kann man Gold anpflanzen nennen. Mein Schwert hält gefühlt einfach mal nichts aus. Diese Schwarze. Äh. Ja, das hört richtig viel aus. Du darfst nicht zu spammen. Du darfst wirklich nicht durchspammen. Ich hab ein Bett gefunden. Du darfst, äh? Hä? Ich hab ein Bett gefunden, das in der Pampa steht. Ach so, ja. Das ist auf dem Berg, ne? Ja, keine Ahnung. Ja, das ist man halt. Ah. Cool. 30, 17, 29. Bist du in nem Tal da unten? Ja. Ja, das sieht doch echt mal ganz, gar nicht mal so schlecht aus. Bist du in diesem komischen Häusler? Hm, in der Nähe. Aber da bin ich jetzt gerade ja. Ah, Giddy. Hi. Das war hier drin. Ähm. Hier hab ich mein Bett. Ich würd sagen, hier beenden wir dann die Folge. Kann ich auch kurz was bauen? Oh man. Ich bau noch kurz was, ja? Ich bau noch schnell ein paar Blöcke. Äh. Das dauert nicht lang. Ich brauch's mir so für eins noch Glas. Dann. Moment. Oh Gott. Wie ging das? Einmal den hier. Ähm. Äh. 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 Einmal den hier. Ähm. Äh. Dann dreimal den hier. Ehm. Wie machst du Musik? Ich mach nicht Musik, das die Hand. Okay. Äh. Denken wir nun mal für 21 beiseite. Oh, Helix steht auch. Denn ein Bett nicht kommt auf. Okay, also meins ist es nicht. Meins ist es sicher auch nicht, mein anderes steht auf einem Berg. Das habe ich mitgenommen tatsächlich. Oder ist es doch meins? Könnte doch meins sein vielleicht. Ob du so viele Dinger gemacht hast, so viele Betten? Guck mal, wie viele werden es? Ähm. Wieso hast du so viele Betten gemacht? Nicht, boah, ist nicht. Sonst waren noch wie viele Blöcke? Vier, oder? Ich hasse es, wenn Dinge nicht aufgehen. Ja, okay, das machen wir in der nächsten Folge. Ja. Gut, Leute. Alles klar. Dann sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt. Wenn wir das Ganze runtergeschnitten haben. Richard von Gilly und Lemon Let's Face. Alles klar. Das haben wir überhaupt nicht gehört. Okay, tschüss. Alles klar. Vielen Dank.